Hallo, ich bin Joachim Lehmann und Einrichtungsleiter des Kinder- und Jugendhilfezentrums St. Josef in Wunsiedel. Jetzt drücke ich allen Mitspielern die Daumen, die ein Megalos haben. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 07, 1000 Euro fallen auf die 6626, 10.000 Euro auf die 00783, 100.000 Euro auf die 982851 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 6197356. Herzlichen Glückwunsch! Und übrigens, ein Los der Fernsehlotterie ist auch immer ein schönes Geschenk für Ihre Freunde. Danke und bis zur nächsten Woche! Untertitelung des ZDF für funk, 2017